Hallo Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Among Us. Among Us im Quarantäne-Brain. Ich habe pro Tag im Quarantäne und 3 Sekunden Schlaf gefüllt. Ich bin heute auf dieses Geld mit 2 Impostors. Like this. So. Im Hintergrund auch mein Stream. Im Hintergrund. Vielleicht könnt ihr es ja sehen. Da hinten. Ne, egal. So, Crew-Aid bin ich. Ich muss mal ein bisschen den Sound anmachen. Haben wir ein paar Aufgaben haben wir. Ach, du Scheiße, leckt das gerade. Ah, gut, ich muss den Admin, ähm. Komisch. Ah, ja. Hat ja gut funktioniert. Nie beobachtet. Manchmal mache ich das, wenn ich Crew-Aid bin und ich meine Tests fände. Ich habe beobachtet Leute, indem ich so tue, als ob ich den Test kriege. Ach. Neger. Egal. Ja, halt nicht ja also elektrisch. Wegen elektrisch. Okay, Lava. Pop for Soul, ja, was? Okay. Ich habe ja übrigens jetzt auch ein Profilbeet. Ich schwöre euch, wenn der jetzt nicht ist. Ich schwöre euch, ich habe ja das Profilbeet, ne? Ich habe ein neues Profilbeet, Digga. Der neue Bug, null Impostabord. Hier ist ein Impostor, Digga. Das gibt aber keinen. Ich habe mal gemacht, so mit null Aufgaben oder nur einer Aufgabe halt. Ich habe das Gefühl, jeder Raum, jeder Raum im Spiel, auf den drei Karten, eigene Aufgabe. Digga, ich schwöre, es ist pink, Digga. Es ist pink, Digga. Guck. Guck... 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 WTF? Du, Friday-Genesern schon... ok ja ich schwör ja ok wenn wenn es jetzt den schon war und die ganze ähnlich gewesen ich will studieren einen schönen dach ich bin nicht möglich dann übrigens danke an ich hoffe dass ich kein werbung mehr kriege so kann ich besser so sagt youtube immer gerne mal ja mach mal wieder videos ripp uhr übrigens hier nicht mehr funktionieren ripp ripp also im adventskalender ich wollte man nur so sagen ich hatte übrigens gestern im adventskalender vergessen zu sagen hatte ich von simsons das hier und heute hatte ich das hier jetzt erst erkennen können schon mal die schlimmsten aufgaben die ich in meinem leben gesehen habe digga erstes mal geschafft jetzt machen wir drei runden äh zwei runden Adventszeit digga und immer eine runde und immer eine runde um dies geld ich will euch mal den undisbarkeitsgift zeigen ich hoffe ich probiere es mal mit sabotage und dann dann ach du in den vent rein da sind gewinnen japan ich weiß euch das funktioniert ich weiß euch das funktioniert so jetzt kann ich mir noch her aber die müssen noch nicht nur egal wenn du wenn du noch kurz so okay gut die sachen schon erklärt das nach einem report oder so ist mir dann auch egal kleine zwei hunden haben ja gut funktioniert nach sieben minuten und ich würde sagen bye bye see you next time I see you tomorrow